Hallo, mein Name ist Willian und heute möchte ich eine Erfahrung mit euch teilen, die mein Leben komplett verändert hat. Wenn ihr, wie ich, schon einmal diese unerträglichen Schmerzen in den Füßen gleich nach dem Aufstehen gespürt habt, wisst ihr, wie sehr das eure Laune und sogar eure täglichen Aktivitäten beeinflussen kann. Monatelang habe ich unter Plantafasziitis gelitten und alles ausprobiert. Massagen, Übungen, sogar Ernährungsumstellungen. Aber nichts schien wirklich zu helfen, bis ich die Akkusoli Einlegesohlen entdeckte. Bevor ich über die Einlegesohlen spreche, muss ich euch zwei wichtige Warnungen geben, also passt gut auf. Erstens, es ist absolut notwendig, dass ihr die Akkusoli Einlegesohlen nur auf der offiziellen Website kauft. Leider gibt es viele Fälschungen auf dem Markt und auch ich wäre beinahe auf einen Betrug hereingefallen. Den Link zur offiziellen Website, auf der ich meine Sohlen gekauft habe, findet ihr in der Beschreibung unten. Nun möchte ich euch erzählen, wie diese Einlegesohlen mein Leben verändert haben. Die Akkusoli Einlegesohlen sind speziell für Menschen entwickelt worden, die unter Fußschmerzen leiden, insbesondere bei Plantarfasziitis. Sie bieten eine Stützfunktion für das Fußgewölbe, absorbieren Stöße und vermitteln ein Komfortgefühl, das ich zuvor noch nie erlebt habe. Seit ich sie benutze, hat sich mein Alltag komplett verändert. Ich wache ohne Schmerzen auf, kann lange Strecken gehen und habe sogar wieder mit Übungen angefangen, die zuvor für mich undenkbar waren. Ich weiß, das klingt vielleicht zu schön, um wahr zu sein, aber ich kann euch versichern, ich habe es auch erst geglaubt, als ich es selbst ausprobiert habe. Und das Beste, die Akkusoli Einlegesohlen kommen mit einer 30-tägigen Zufriedenheitsgarantie. Wenn ihr keinen Unterschied spürt, könnt ihr euer Geld problemlos zurückbekommen. Für mich war es eine Investition, die sich wirklich gelohnt hat. Also, wenn ihr unter Fußschmerzen leidet, wartet nicht länger. Ich weiß, wie belastend das sein kann, aber es gibt eine Lösung. Die Akkusoli Einlegesohlen halten wirklich, was sie versprechen und können euch helfen, eure Lebensqualität zurückzugewinnen. Genau wie bei mir. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch. Den Link zur offiziellen Akkusoli Website findet ihr in der Beschreibung und in den Kommentaren. Danke fürs Zusehen und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin hier, um zu helfen.